Joule ist ein interaktives, volumetrisches Display, das das Fraunhofer IAO auf der CeBIT vorstellt. Die kleine umgedrehte Pyramide wird auf ein Tablet oder ein Smartphone gestellt und lässt ein Bild im Raum schweben. Der Nutzer kann mit dem Bild interagieren. Ein Schuh bekommt eine andere Farbe, wenn Joule gedreht wird. Eine 3D-Figur ändert ihre Form oder Größe, wenn Joule über den Bildschirm geschoben wird. Untertitelung des ZDF, 2020